Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal geht es um einen Tischgrill, einen Kohle Tischgrill. Denn ich benutze ihn so gerne und zeige euch deswegen, warum ich den so gerne benutze. Somit erkläre ich euch heute die Funktion von so einem kleinen niedlichen Tischgrill. Es ist natürlich klar, aufgrund der Größe, dass er nicht für viele Personen geeignet ist. Also macht euch da mal keine falschen Hoffnungen. Aber jetzt erstmal entfernen wir die Metallteile, indem wir die zwei Klammern seitlich öffnen. Zum Vorschein kommt ein Lüftungsrohr, wo ein kleiner Ventilator am Boden Luft durchpresst. Gut, pressen ist ein bisschen übertrieben. Durch den Ventilator kommt dann da ein bisschen Luft durch und die ist richtig wichtig. Aber da meine Batterien jetzt leer sind, muss ich sie erstmal tauschen. Nämlich für den Ventilator benötigen wir Batterien. Und noch was ist mir aufgefallen. Das Batteriefach ist so groß, dass es die Batterien raus drücken kann. Aus dem Grund nehme ich einen Schaumstoff und klebe den mit doppelseitigem Klebeband an den Deckel fest. Somit hält nachher der Schaumstoff die Batterien in ihrer Position und können nicht mehr rausgedrückt werden. Stellt euch die Situation vor, ihr wollt anheizen und auf einmal während der Anheizphase geht der Ventilator aus. Ja, das ist mir passiert, meine Freunde und Freundinnen. Da kam mir die Idee mit dem Schaumstoff, weil ich das schon so oft gesehen habe in so einem Batteriefach. Ja und ich denke, das ist eine gute Idee. Ich habe es dann auch getan und ihr werdet sehen, das funktioniert super. So, jetzt noch neue Batterien ins Batteriefach hineinlegen und dann können wir auch schon loslegen. Kurz testen, ob der Ventilator funktioniert. Ja und dann geht es weiter. Okay, jetzt fangen wir noch mal von vorne an. Jetzt nehmen wir den Gitterrasch runter, indem wir die Klammern lösen. Nehmen den Deckel vom Kohlebehälter weg und füllen den Kohlebehälter mit Kohle. Holzkohle oder ich wie hier Grillbriketts. Natürlich füllen wir den Kohlebehälter bis zum Rand, bis nichts mehr reingeht. Dann entfernen wir diesen Kohlebehälter und dann kommt die Brennpastenschale zum Vorschein. Da geben wir Brennpaste drauf und die zünden wir an. Dann geben wir den Kohlebehälter wieder drauf, den Deckel vom Kohlebehälter und darauf dann den Rost. Wir starten dann den Ventilator auf unterste Stufe und dann können wir schon grillen. Gut, jetzt ist fast soweit. Er raucht jetzt noch und ich warte, bis der Rauch abgezogen ist, dass kein Qualm mehr dabei ist. Dann lege ich erst das Fleisch drauf. Gleich danach drehe ich den Ventilator auf volle Pulle und ihr werdet sehen, es wird super. Gelingen das Ganze. Okay, ich hoffe ich konnte euch helfen bei der Entscheidung, so ein Tischgrill anzuschaffen oder nicht. Und ich hoffe ihr seid aber bei der nächsten Folge von Nobby's Kochstunde wieder mit dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt gesund und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.